Für sogar ein paar. Gucken wir doch mal, was haben wir Schönes. Ja, ich habe leider ja nicht alle, ja, Sachen gespeichert, die man konnte, weil viele Online-Sachen sind ja nicht wirklich zu speichern. Aber das, was ging, habe ich sofort abgesaved. Ah, was war denn hier Schönes? Ah, eine der guten Torredaktionen, wie ich sehe. Ja, eine der richtig guten Torredaktionen. Ich kralle in mir, mein Gott. Torwärte, ihr seid zwar schon ziemlich scheiße in PES. Ab zur nächsten Wiederholung. Oh Mann, schade, irgendwie bin ich nur blöd, oder kann man die wirklich nicht in PES-Setup spielen? Ich spüre mal so ein bisschen vor, dann geht es schneller. Mhm, schön gespielt. Wow, wow. Oh mein Gott. Ich kann mich an die Spieler halt nicht mehr erinnern, aber ich weiß schon, warum ich das abgespeichert habe. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Zieht euch rein. Nein, ich finde den Ball nicht mehr. Ach, da ist er doch. Oh Mann. Mein Gott, das ist so schlecht. Oh, Schütze Demba-Bam. Habe ich wohl mit Schelzi gespielt, würde ich sagen. Gucken wir mal, worum es hier geht. Oh. Oh, das war's. Was auch immer ich mir mit dieser Wiederholung sagen wollte. Wahrscheinlich dieser Schuss hier, der wie auch immer an den Pfosten hinten geht, dann schaut rein. Aber, naja. Kann man machen. Kann man aber auch einfach mal... Ich will die nicht laden. Ich wollte die löschen. Ich weiß noch nicht wie. Äh. Hier wo? Ne. Egal. Deutschland gegen Real. Zweimal. Einmal hier Klos und einmal noch Draxler als Torschütze. Da bin ich mal gespannt, was ich da mir schönes Weg gesavet habe. Ach. Einfach... Moment. Erstmal Wembley, habe ich gehört hier. Nee. Er geht sogar nochmal gegen die Latte. Nice. Gucken wir da vielleicht einen besseren Blick hin. Guck mal. Nicht so ganz, ne? So vielleicht. Ja, wohl. Wird da wie schnell der fliegt, aber auch. Schade, kriegt man nicht ganz so ein. Aber ein schickes Ding. Und dann noch einmal von der Draxler. Dann hier. Was? Äh. 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 Mache ich das noch, oder schießt ihr durchs Netz? Gucken wir nochmal genau hin. Das ist... Einmal mal durchs Netz gerotzt das Teil. So geht's natürlich auch. Hahaha. Ah. Schade, dass ich nicht mehr Sachen habe. Ich meine, ich hatte noch so geile Optionen, aber die meisten... Wie vorhin zum Beispiel die von Neuer, die hätte ich so gerne abgespeichert. Aber... Geht ja leider nicht.